Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum zweiten Teil der DFB-Pokalprognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Auch hier die Frage, glaubt ihr es gibt irgendwo eine größere Überraschung? Würde mich interessieren, ob ihr das glaubt. Ansonsten geht es jetzt los mit Wolfsburg gegen Sandhausen. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Der VfL Wolfsburg wollte gegen den SV Sandhausen keine Fragen offen lassen, für wen es in die nächste Runde geht. Aber der SV Sandhausen, er kann eben mit seiner Spielweise auch Bundesligisten hier und da vor Probleme stellen. Aber der VfL Wolfsburg hatte gar nicht so viel liebes Mühe hier was zu bringen. Schlager an den Pfosten, dann Nachschuss von Philipp. Der führt zum folgenden Eckball. Den schauen wir uns auch an. Den legt sich Maxi Arnold präzise in die Kurve da rein. Maxi Arnold, da ist Maximilian Philipp. 1-0 Wolfsburg. 24. Minute, schöne Ecke, toller Kopfball, perfekt platziert. Und der SV Sandhausen, der sich hier eine Weile lang wacker schlagen konnte, hatte jetzt den Gegentreffer geschluckt und musste dann im zweiten Durchgang eben auch aufmachen. Und mehr riskieren. Ein Treffer muss hier her. Taffa Zofa zu Kevin Behrens, Dennis Linsmeier. Aber deutlich zu wenig. Dieser Abschluss, Pavau Perwan, der sich im DFB-Pokal mal wieder beweisen darf, fängt den problemlos ab. Der VfL Wolfsburg, er macht nicht immer viel mehr als nötig. Das endet häufig nicht in spektakulären Spielen, aber in den richtigen Resultaten. Brekalow, Riedle, Baku, 2-0, 71. und Feierabend. Der SV Sandhausen, er war hier immer irgendwie ergebnistechnisch zumindest noch im Spiel. Durch dieses 2-0 war das dann passé. Vollkommen überlegen, souverän, unspektakulär, gewinnt Wolfsburg gegen Sandhausen mit 2-0. Der SV Wien Wiesbaden, er setzt sich regelmäßig gegen höherklässige Mannschaften durch. Jetzt wollte man gegen den SSV Jan Regensburg das nächste Schnippchen schlagen. Philipp Tietz, wunderbarer Ball zu Marvin Ajani. Und da steht es nach 15 Minuten 1-0 für den Drittligisten der SSV Jan Regensburg. Er hatte hier so seine Probleme in der ersten Runde auch gegen Kaiserslautern. Nur im Elfmeterschießen weitergekommen. Heute war es wieder schwierig. Wien Wiesbaden, sie schlugen ja den 1. FC Heidenheim in der ersten Runde mit 1-0. Und Regensburg, ja bis zur zweiten Halbzeit relativ wenig zu sehen. Das ist jetzt mal Albers. Aber für Boss stellt das keine ganz große Herausforderung dar. Den Fisch da ab und hält ihn in den Armen fest. Aber Regensburg machte jetzt mehr. Merzan Selimbegovic, er hat seine Mannschaft eigentlich sehr gut eingestellt. Gegen Hannover zuletzt war es ein 0-0. Da hatte man jetzt auch seit Freitagabend Zeit. Doch auch Wien Wiesbaden am Freitagabend schon aktiv gewesen. Gegen 1860 München spielte man 2-2 nach 2-0 Führung. Also durchaus die Möglichkeit für Regensburg hier nochmal ranzukommen. Das ist Opoku, der sich da gut dreht, aber den Ball dann nicht mehr rumgezogen bekommt. Und wir springen in die Schlussphase der SV Wien Wiesbaden. Er hatte weiterhin diese 1-0-Führung. Medic zu Philipp Tietz. Einen hat er vorgelegt. Philipp Tietz legt er nochmal quer. Legt er nochmal quer. Nein, er macht es selber. Und lässt die Regensburger Abwehr ganz alt aussehen. In der 88. Minute das 2-0 die Entscheidung in dieser Partie. Aber da lässt sich Sebastian Nachreiner auch ganz schön alle machen. 2-0 endet dann dieses Duell. Wien Wiesbaden gewinnt und schmeißt den nächsten Zweitligisten hier aus dem Pokal. Das Don't Call It a Derby-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg hatte schon sowas wie Highlight-Züge im DFB-Pokal. Zwei Mannschaften, die für ihre spielerische Klasse aus relativ wenig Möglichkeiten viel aufbieten können. Und hier und hier in der 18. Minute ist es Koulibaly, der da mal aus Spitzenwinkel zum Abschluss kommt, aber Florian Müller nicht vor große Probleme stellt. Der SC Freiburg, er hat sich mittlerweile in der Bundesliga gefangen. Und apropos Bundesliga, der VfB Stuttgart hat hier eigentlich noch eine Rechnung offen. Das erste Spiel der Bundesliga verlor man gegen Freiburg mit 3 zu 2. Und auch hier erstmal die Gäste in Führung, Vincenzo Grifo nach 29 Spielminuten mit dem 1 zu 0 für die Gäste aus dem heiteren Himmel zu diesem Zeitpunkt. Der VfB Stuttgart, er setzte aber gut nach. Das ist Silas, schöner Ball zu Gonzalo Castro mit der Hacke weitergeleitet. Endo, wunderbarer Ball zu González und Ausgleich. 37. Minute, das 1 zu 1, ein super Tor von González. Schöne Direktabnahme, schöner Aufsetzer und gar nichts zu halten für Müller. Zweiter Durchgang, der VfB Stuttgart war hier schon die bessere Mannschaft. Koulibaly und da kommt González, angerauscht. Und er zielt fast das 2 zu 1 per Kopf. Unter Gegnerdruck und dann ganz knapp über die Latte rüber. Der SC Freiburg hatte aber auch den ein oder anderen Nadelstich zu setzen. Santa Maria, Höfler, Demirovic, Santa Maria nochmal. Viel Platz jetzt für Christian Günther. Christian Günther scheitert aber an Kobel. Ein zu zentraler Abschluss, den Kobel dann abwehren kann, sodass es weiter in 1 zu 1 stand. Jetzt war alles offen, ein guter Schlagabtausch zwischen zwei engagierten Mannschaften. Aber Karlajcic, er entschied es dann mit seiner individuellen Qualität. 88. Minute, den hämmert er oben in den Knick. Nicht zu halten für Müller, super Treffer mit dem entscheidenden Esprit. 2 zu 1 gewinnt der VfB, revanchiert sich dafür für die Pleite am ersten Spieltag gegen den SC Freiburg. Hannover 96 erlebt in der 2. Bundesliga ein ständiges Auf und Ab. Da hat man gehofft, sich irgendwann mal stabilisieren zu können. Aber zu Hause mittlerweile ist man auch nicht mehr ganz sattelfest. Zuletzt aber gegen den VfL Bochum war es ein überzeugendes 2 zu 0. In Regensburg dann ein 0 zu 0. Der SV Werder Bremen, der SV Werder Bremen, da kann man Lieder von singen. Es ist nicht die beste Hinrunde, die man spielt. Wahrscheinlich sogar eine der schlechtesten. Aber hier gegen Hannover 96 hatte man durch Augustin Son dann die erste Möglichkeit. Und der SV Werder Bremen, er zeigte jetzt mal gegen einen qualitativ schlechteren Gegner, dass er eigentlich auch spielerisch was drauf hat. 16. Minute, Leonardo Bittencourt bekommt da zu viel Platz geschenkt. Aus Elfmetern lässt er dann Esser keine Chance. Esser, der am Wochenende noch verletzt fehlte. Jetzt war er wieder dabei. Der zweite Durchgang. Sie sehen es an der Zeit. Wir sind schon über der 80. Spielminute. Also Aua, Aua. Ganz toller Fußball wurde einem hier nicht geboten. Jetzt aber Hannover 96 mit der Schlussoffensive. Marvin Duxsch. Schöne Flanke zu Haraguchi. Das dauert aber ein Stückchen zu lang. Und dann ist Augustin Son da. 85. Minute. Den anschließenden Eckstoß. Den sollte man sich aber auch nochmal betrachten. Kopfball. Hübers. Aber drüber. Das, was ein spannendes Nordduell hätte sein können. Nach gutem Beginn hat dann Bremen alles zurückgefahren. Da kam gar nichts mehr. Aber Hannover 96 war dann in den Möglichkeiten limitiert. Und verliert mit 0 zu 1 durch das Tor von Bittencourt in der 16. Spielminute. Der 1. FSV Mainz 05 nimmt es mit dem VfL Bochum auf. Und man muss sagen, diese beiden Mannschaften stehen sich gar nicht so weit auseinander, wenn man die Tabellen miteinander vergleicht. Bochum Topmannschaft der 2. Liga und Mainz schwache Mannschaft der 1. Liga. Ja. Trotzdem, Mainz hatte es hier von Beginn an schon mal auf den ersten Treffer abgesehen. Manuel Riemann mit einer tollen Reaktion verhindert. Das 1 zu 0 für Mainz. Knappe halbe Stunde gespielt. Vom VfL Bochum kam diesmal nicht ganz so viel. Das letzte Auswärtsspiel in Hannover war auch nicht gut bestritten. Und hier dann das 1 zu 0 für Mainz. Edmilson, Fernandes in der 30. Minute. Mateta legt das Ganze auf. Nicht zu halten für Manuel Riemann. Es war kein guter Auftritt der Mannschaft von Thomas Reis. Das hat man schon ganz anders gesehen in dieser Saison. Burkhardt setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. 2 zu 0. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel. Das war ein ganz herber Nackenschlag für den VfL, der sich im zweiten Durchgang aber nicht aufgab und den schnellen Anschlusstreffer erzwingen wollte. Dani Blum, Robert Juhl und Kopfball Holtmann. Den muss man auch von da erstmal so setzen. Holtmann hier gegen den 1. FSV Mainz 05 um 1h eben mit dem Anschluss. Aber der VfL Bochum konnte diese Druckphase unmittelbar nach dem Wiederbeginn des Spiels nicht mehr durchsetzen, sodass Mainz noch einmal aufkommen konnte. Barrero, wunderbarer Pass zu Aaron Martin. Manuel Riemann weiß nicht, ob er rauskommen soll. Steht dann so im halbleeren Raum. Um 83. Minute, 3 zu 0 und Feierabend. Das war's. Mainz gewinnt mit 3 zu 0. Durchaus ein Treffer zu hoch gegen den VfL Bochum. Aber die Bochumer haben ihre Möglichkeiten, die sie hatten, nicht genutzt. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Adios. Bis zum nächsten Mal.